muss eben nur meine waffe wechseln hey rudolf sterb siehst aus wie zuckerguss weiß das sieht aus wie zuckerguss du bist gerade nicht bei mir na bist du ich steh hier gerade drin wieder fähigkeit aktivieren direkt leben wieder voll klar richtig du bist gewollt vielleicht schon wieder tut weil ich auch keinen habe den ich gerade killen kann was hat deine granate jetzt gebracht damit mir nichts auf den sack geht ja ich muss wieder in so eine scheiß kapsel rein musst du mit meinen sauerstoff weil ich kann sein noch im rumspringen bin mit dir chiro prinzipal mhm alter kannst du mal bitte sterben du scheißviech wie die gegner wieder wir spawnen alle ne war ja jetzt knallts nicht mehr kotelett ok dafür ist das bewegen scheiße dann wenn ich so schnell schieße hallo mitten rein kommt massaker scheiße ich bringe mal hier weißt du immer so ach was jetzt ein bisschen alles auf die ganze zeit immer wenn er in die richtung kommt mhm merke ich schon ah einmal kurz hinten nachladen ja gegner 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 es sind gegner welchen gegner ja mit feuer kannst du ihn ganz gut bekämpfen feuer gegen feuer nee die nehmen ganz schön schaden wenn du die mit feuer abschießt alter guck doch mal naja ich springe wieder hier rum vor dem schild geht auch ganz schön schnell runter der schild geht immer runter bei den feuer so wie bei schock na komm jetzt kann nicht sein dass er dafür schaden nimmt kannst du fast einen cut machen und kannst du erstmal durchrotzen bis du den kurz vor allen innen da hast nö eigentlich nicht das wird wieder so ein endloser kampf wenn es auch wieder hui ich komm wieder ich brauch munition schaffst du das in der zeit was bisschen ja oh oh nicht schaff bitte nicht die sonderzustellung hehehe nicht nur du post moni du arsch mach es weiter spring erst rum nicht dass er seine energie respawnt ich bei mich ja naja k terrific gogo give mnie wieder da ok dinge dann geht du jetzt mal die zunkaufen mache ich doch schon aber nicht sterben jetzt er hat sagen muss das so hoch fährst doch schon heute mitbekommen ob das wieder damit ja ich muss aber es ist eine plattform der scheiß ehrlich erst durch die munitionsfressen ja bald habe ich auch keine kohle mehr vor allem du musst auf ihn schießen wenn du vorbeischung dann triffst du ihn auch alles gut oder stirb war du passt hast du da was in der nähe ja habe ich christian dauer die meinte ich ja mit bastard nämlich an angeschossen hat dann vorbeispringen und dann drauf schießen und triffst du ihn ganz gut man kann er dich auch nicht wirklich treffen deswegen ja ich habe jetzt hier noch das ding verkämmt das ich muss die panzerfaust nachladen kommt bitte neben mir kommt bitte nehmen wir halt für 30 sekunden neben mir und shit da unten ist er wo ist er und sind am marsch der welt ehrlich mhm ja da müsste wieder oberhalb von mir sein aua was kommt denn jetzt hier bin ich ich habe ihn getroffen ich sehe gar nicht ob die granaten an ihm haften nö kennen die nicht jetzt bin ich aus dem rauf gelaufen und wieder weggesprungen toll oh alter wenn du ins cockpit rein kriegst machst du crits 500 schaden alter so machst du nur so 100 aber bist jetzt gar nichts ich habe keine musikierung mehr für die sniper gleich wirst du bluten oh hallo alter schwede wtf jetzt sterbe ich ja dann sterb tschüss kommt herüber ja oh hier noch danke schau 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 fick dich kaputt nur bei der Fähigkeit erweckt dann kann ich mich heilen dieses Mist Ding, ne? Boah, wie viel gehabt Ich hab die schon angeflogen gesehen Hallo Mmm, Elektro-Kack Boah, dieses Mist Ding, ne? Alter, was war das jetzt gerade? Oh nein Wow Nicht wirklich Sorry Hä? Ich musste mein Leben nur voll heilen Oder kriegst du das Gummihähnchen nicht? Du dummer Sack Klar krieg ich doch Jetzt kann ich das Sprungteil wegen dir nicht nutzen Ja, kannst ja gleich wieder Was? Was macht der bei mir? Was macht der bei mir? Der war direkt bei mir Hast du da nen Gegner? Ja, hab ich Ich komm noch Vorsitz selber Ah, jetzt ist er abgehauen Dann war doch gut, dass ich woher gekommen bin Das Scheiß Ding war eben hier unten Das Scheiß Ding war eben hier unten Ich hab's gesehen Das Ding bin ich gestorben Ah, jetzt ist der Gegner auch hier weg, okay Muss er Muss er Ja, jetzt bin ich hier oben gelandet, wo ich gar nicht hin wollte Munition außer mir die hier rumliegt Ich muss mal, ich muss... Ah, du stirbst, ne? Gegner? Nö Coming Gegner Gegner Gegner, Gegner Nein Wow, komm ich nehme irgendwas mit... Wirklich Hast du mich wieder belegt? Nein Okay Ich brauch den Wichser hier Ja, ich hätte den einen Wichser, der hier vorne ist Danke Danke Boah Alter, gehst du mir auf die Palme Sind das für Drecksdinger Boah, ist nicht wahr, oder? Ich seh nichts Ach, du hast den grad gekillt, du Arsch Dankeschön Aha Ich muss... Ich muss mal eben Leben fix regnen Ja Oder ich mach's so Ich mach mal ein Schild aktiviert Was? Was? Die sollen jetzt da rein? Direkt Budstone Ja Muss ich nur noch überleben Ja Lebst du noch? Ja Alter Fuss Irgendwas hat er eben gesagt mit Eingang Wow Oh, ich muss gleich zurück Ich hab keine Munition mehr Wie auch nicht schauen reinhaut Komma Ich hab den hier gleich erlebt So ist das nicht Ist der oben bei dir oder was? Ja Er macht das Boah Drecksdinger Zum Glück lädt er sich nicht so von alleine auf Wär auch noch ein Wunder Das wär richtig mies Ach, der verlässt, der lebt ja schon wieder Warum? Warum? Da muss der jetzt liegen Boah, heim Oh Komm, stell mal ein Paket aus und komm her Blöder Wichser Ich hab heute echt keine Munition Super Äh, keine Kohle mehr meine ich Super Ja, ich hab gesehen Ja, ich hab gesehen Komm, wir sind grad runter Ich weiß nicht, was mich anschießt Ich komm hier nirgends so hin Ich sterbe Ich sterbe Ich sterbe Ich sterbe Irgendwo Und sterbe Ich kam nicht rechtzeitig zu dir Ja, der alte Wichser, der wollte da abhauen Ich hab grad Raketen drauf geschossen Ich komm einfach direkt runter Lass mich nicht lassen Hä, Centros hat das Spiel verlassen? Ja, Verbindung schon wieder weg Ah Immer ändert sich bei mir die Uhrzeit Ich kann dich nirgends tot Hä? Immer ändert er bei mir die Uhrzeit dabei Na, geil Hat er wieder volles Leben? Ja, weiß ich nicht Irgendwas hat er grad mit reflektiert Geschütze äh, Geschosse oder so'n Quatsch Okay Er hat volles Leben wieder Ich glaub wir sollten mal einen Cut machen und den mal ein bisschen erst runterdamagen Das bringt doch so nix Doch Kannst du knicken mit unseren Levels Lass uns mal kurz nen Cut machen Dann sehen wirs gleich Das bringt trotzdem nix Ich mach mal Cut Das bringt trotzdem nix